ich glaube dem video wird erst mal ein bisschen später kommen weil ich leider weg gehen ja auch ein paar freunde dabei die heißen okay natürlich ein bruder leider bruder das scheiße ich hab ein freund dabei ist paul an der hier lasse ihr guckt das ja immer peace zeigen ja also er wird auch manchmal in youtube dran kommen ich habe keine ahnung weil ich will auch mal ein paar leuten sprechen ja manchmal kommt er auch mal zu mir manchmal okay ist das erste mal mit ihm aufnehmen weil ich habe vorhin gesagt dass ich aufnehmen habe ich auch gerade eben oder alles ist was ich glaube das gefällt mein video mein abonniert meinen kanal aber wäre natürlich geil wenn ihr mich abonniert nur wenn es euch gefällt ist kein thema außerdem mein leben ist scheiße ich bin am arsch ich bin ich bin mir in die hoseficker und ich bin mir nicht aufregt ich bin mir nicht aufregt ich bin mir nicht aufregt der hat eben mein mann mann ich stirb okay zockt gerade in so ein ball ausgehen also er ist halt nur zu mir weil er sagt sogar er hat gesagt gesteht ich habe gerade im whatsapp nachricht bekommen es hat endlich nie ist es halloween update ja ja die mann an die hause her wenn du wohnst du oder politik ja ich weiß ja ich hab ich habe mich jetzt da und das geld ich ich hab ich habe ich habe ich habe ich habe es da und das war ein großer sagen ich hab ich habe ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab das geld also also wenn man still als wieser paul er im spiel baller ist auch richtig krasses geiles spiel da sieht man den paul guckt hallo wir haben keine richtige lide Warte mal, dann gehe ich einfach zu... Boah, ich kicke in der Scheinheit. Wauuuu! Seid mal Stimme vollfasten! Ich bin das nie! Wauuuu! Oh, oh, ich zieh das hier richtig stark! Na, oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, okay! Oh, 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 oh! Oh, sieh wie kein Fußball fahren! Oh, oh! 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 Das war's. Er hat die Kamera aus der Palme. Er stand. Also, wir machen kurz den kleinen Cut. Wir machen kurz den kleinen Cut und dann mache ich den Prank. Mein Freund. Nein! Ciao, ciao. Hallöchen. Ähm, ich bekomme gerade die Mio. Diese... Ding da. Ne, warte mal. Wir machen noch einen kleinen Cut, ich will was falsch sagen. Ich habe auch für den zweimal ein Ding gemacht. So, mit diesem Ding da wirfe ich ihn auf. Oh je. Okay? Okay. Ja! Ja! Ich habe jetzt eigentlich eine Playstation 4. Ne, wir holen bald. Ich zock was. Leg dich an, was du hast. Mach so, okay, mach so. Guck, guck. Mach so, okay. Okay. Das ist viel besser. Ich muss dir was machen. Nein, nein. Danke. Ich bin doch nicht schlecht. Oh, wir haben jetzt die Putzen. Scheiße. Ich bin schon wieder tot. Okay. Und eine Wasserpistole. Und das ist nicht so, also ich weiß, ob ich... Ich bin so... Boah... Oh, ich bin so... Oh, ich bin so... Herr Luth macht seine Haare nass. Hallo, ich bin hier mit der Wasserpistole. 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 Ich bin hier mit der Wasserpistole.